Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Die beiden Hände von Abu Lahab werden vergehen, und er wird vergehen. Sein Reichtum und was er erworben hat, soll ihm nichts nützen. Bald wird er in ein flammendes Feuer eingehen. Und sein Weib ebenfalls die arge Verleumderin. Um ihren Hals wird er ein Strick von gewundenen Palmenfasern sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017